Falls ihr eine PS5 gewinnen wollt, wie dieser Abonnent und sie sogar von mir persönlich überreicht bekommen wollt, egal aus welcher Stadt ihr seid, in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg oder sonst wo in Europa, tragt auf Ehre meinen Creator-Code VVSM-ItemShop ein, dann abonniert einfach diesen YouTube-Kanal, lasst ein Like da und schreibt in die Kommentare euren Epic Games Namen. Und wenn ihr eure Gewinnchancen erhöhen wollt, dann folgt mir auf jeden Fall auf Twitch, erster Link in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß mit dem Video. I got a hangover, wow, wow, I been drinking too much, for sure, wow, wir müssen jetzt qualifizieren für die Qualifikation für die nächste Runde von FNCS Finals, hast du das verstanden? Wir spielen hier gratis Reboot Round und wenn wir diese Runde nicht gewinnen, dann haben wir die Runde nicht gewonnen und sind einfach keine guten Spieler, hallo, was ist denn hier los Gennario? Wir haben 1,2k Punkte und wir spielen nur gegen Pro Player, weil Punkte zurückgesetzt wurden und ich bei diesem Super Hype Cup zerstört, habe zweimal obere 1% Ob ich Video mache? Egal, es ist... Ich sag dir jetzt mal was, Fortnite ist so ein geiles Game, so ein geiles Game, an diese ganzen kleinen Fortnite haben das Game kaputt gemacht. Ich sag dir jetzt mal was, Joel, ey Joel, du zockst auf Fortnite, du bist voll der Opfer, gell? Junge, diese Menschen, die so reden. Ich sag dir ganz ehrlich, die haben einfach Jamali seinen Spot kaputt gemacht. Einfach, ich weiß nicht, wo ich landen soll. Da ist eine Kiste, aber da wird jeder landen. Oh nein, oh nein, ich mach Spitzhacken-Grill. Ja, ich brauch Hilfe. Ah, cool. Ich sag dir jetzt mal was. Diese Stadt ist scheiße. Digga, diese Waffe. Forty-Night-Di. Oh mein Gott, Digga. Los. Lack, du fettes Schwein, Mann. Jetzt bekomme ich nicht mal in den Finish. Das ist der Wahnsinn, Digga. Nüssi Kim, wo ist der? Mann, 27er-Hit. Das ist so lächerlich, dieses Spiel. Lächerlich! Forty-Night! Ja! Season Arena Reset vom Port-Night! Ja, Junge, Junge. Ja, du sagst, Tilted wurde aufgebaut. Schmutz, Digga. Gar nichts wurde aufgebaut. Nein, Digga. Nein, Digga. Oh nö, Digga. Was ist das, Digga? Wo soll ich hier landen, Digga? Mann, Digga. Oh nene, oh nene. Double Pump. Freakle, freakle. Freakle. Wieso schlecht, kein Ame? Ich hab ne Pump. Genari, ich komme zu dir. Ich komme zu dir, mein junger Mann. Wo bist du, mein junger Mann? Ganz viele Menschen. Anita. Ich werde von hinterher angeschossen. Bam! Ah! Du bist wieder schocken. Sag ich! Ah! Ich muss Hilfe! Hilfe! Ich komme schon. Beruhig dich einmal. Hey, feuer. Du blöde Sau, du! Hilfe! Olin, komm! Du bist der Beste! No! Schön, Junge. Warte, kurz überleben. Bau, bau, bau. Hast du einer noch? Ja. Danke, Baby. Nur für dich. 8,50er Headshot. Ist er low oder? Ich brauche den Loot vom Zimmer. Bam! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ja, Mann! Ja, Mann, Alter! Mein Name ist Crazy Joe! Und ich hab die dicken Bubats. Was brauchst du? Munition. Es ist la Munition, es ist la titi. Ab 1. Ah, das bist du. Oh, Mann, Alter! Cracked. 45 White. Ich bin der Beste. Ich will der Allerbeste sein. Wie keiner vor mir war. Din, din, din. Ganz allein schnapp ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Ja, Jenna! Genau das ist das! Einfach besser, Mann! Ein paar Sekunden später. Jetzt geht's los. Jetzt geh ich mit Jumped auf ihn. Jetzt geht's hier los. Schau jetzt, schau jetzt, schau jetzt. Ich muss kurz chillen. Die denken, die werden gut! Er hat ein Among Us Backbling. Amogus! Amogus! Nein, Fortnite ist ein Spiel! Oh, Mann, Gennadio. Das muss doch jetzt nicht sein. Bam, Digga! Einfach der Beste, hä? Oh, Mann, Gennadio. Weil ich einfach besser bin. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn nicht gesehen. 170er stelle für samiboy gibt zurück gibt zurück gibt zurück ja gibt zurück und pump money pump und mp money schnell mann du hast du bist ein du bist ein fetter wer jetzt als erstes stimmt einfach schlecht ich habe schon einen wo ist danke schade schade ich dachte du bist so gut erwartet hier sind auch flash ist das ist schade die dati das auf den ging kommen hast du hast du der wurde mir gerade auch abgestoppt muss jetzt ein bisschen safe spielen jetzt kommen zwei leute du hast mich einfach alleine gelassen wird sowas niemals tun schade spiel safe spiel safe komm nach hinten bau nach hinten bau nach hinten bau nach hinten tab nach hinten tab tab über die es jemand nicht nach oben nach hinten warte ich komme jetzt hoch warte kurz du musst schön die splashen sich müssen jetzt rein die ganze 20.000 leben man von oben werde ich noch angeschossen sein mate pusht mich ich habe nicht mal 100 hp ich kann nicht zu dir kommt braucht deine hilfe mann 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 woher nein das ist Letztes Duo. Digga, schieß doch, du Versager. Flaschig, cool. Flaschig, cool. Flaschig, cool. Ach so, es sind alles Solos. Warum holt ihr mich dann und gehen dann beide auf mich? Ich check das mal.